Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2, Scholar of the 14th. Ich habe gerade geguckt, ob das synchron ist. Warum gehe ich da hin? Ich habe mir inzwischen überlegt, ich werde das mit dem Willen runterschrauben. Heißt, ich werde... Ich muss nur gucken, wo hatte ich was. 20, 13, 55. 50, 30, 43, 33, Anpassung, 25, 40, 53. Ja, das will ich gleich haben. Das auch. Das besonders. So. Daran will ich nichts ändern. Das behalte ich auf 20. Hm-hm. 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 Now, on a journey with them. Okay, die macht jetzt weniger Schaden. Ich gehe sozusagen richtig auf Magie. Alter Schwede. Wo ist eigentlich der, den ich eigentlich suche? Ich bin nämlich in Versuchung. Ich bin nämlich in Versuchung. Ähm, das ist viel. Eigentlich suche ich einen, der die Magie ziemlich stark macht. Musik 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 Moment, Moment, falsche Seite. Musik Dann gehe ich nämlich so richtig auf Magie. Musik 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 Sozusagen nutze ich nur die Sachen, mit die wenig Zauberaufladung haben. Aber dafür viel Schaden machen. Ich bräuchte irgendwie ein Beispiel. Und jetzt der Seelen-Geysir. Okay. Wie viele von den Kräuten habe ich noch? 23. So, ein bisschen Schnellreise. Ich muss mir nämlich noch was abholen. Ich habe übrigens 20 gelassen, auch wegen der Stäbe. Warum sind hier manche rot unterlegt? Ach ja, wo wollte ich hin? Ach ja, da darf ich ja jetzt wohin rennen. Ich habe es nicht genug mit ihm. So, ich nehme an, wenn ich sie so hin. So, ich nehme an. 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 Lasst mich bloß in Ruhe. Au. Ich will nur hier durch. Geht er raus. So. Das geht doch. Gut, dass sie einen nicht angreifen, wenn... ...wann das praktisch an hat. Was natürlich auf andere Sachen nicht herhalten. Ja, da will ich rein. Einfach mal durchrennen. Das ist auch mal was Neues. Das ist auch mal was Neues. Das ist auch mal was Neues. Moment. Die müssen doch hier sein. Ah, jetzt habe ich sie endlich mal gefunden. Ja, und wieder Schnellreise. Ach ja, jetzt kommen die Sachen, diese ganzen Erinnerungen. Die werden aber jetzt nicht gemacht. Nicht in diesem... Nicht in diesem Part. Hm. Hm. Não. Nicht in diesem Part. Nicht in diesem Part. Detion. Nicht in diesem Part. Beauty am 7. Entstehen. Auf Alexander. Saat mal. una Moment mal, hat er vielleicht... Oh ja. Solche Sachen kann ich eh mal gebrauchen. Ja, und da alles schwache Sachen. So, dann habe ich die Sachen wieder voll. Ja, kein Gehtzeitsintergrund. Einen bräuchte ich noch. Seid dich selbst. So. Auf jeden Fall bin ich jetzt ziemlich gewappnet. Das sind so richtig starke Zauber. Gegen Schwache werde ich die nicht einsetzen. Aber gegen starke Gegner, da werde ich sie einsetzen. Heißt Bosse zum Beispiel. Ich muss mal was nachzutesten. Am meisten verbraucht die. Oh ne, am meisten verbraucht der da. Okay. 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 Der dritte ist... Der dritte Soldatenring ist schwächer als der König... Welche Soldaten... Ring der Königlichen... Der ist der Ring der Königlichen Soldaten plus zwei. Okay. Okay. Und wie würde ich sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part. So. Das war's für heute.